Es geht nun alles viel einfacher. Vor einiger Zeit hatte ich ein Video publiziert mit einer Methode, den Microcontroller ESP32 in die Arduino IDE einzubinden. Das war etwas umständlich zu handhaben, hat aber zu einem akzeptablen Ergebnis geführt. Ganz brandaktuell hat Andreas Spies ein neues Video publiziert, wie man den ESP32 ganz einfach über die Botverwaltung in die Arduino IDE einbinden kann. Andreas hat in seinem Video, das man sich unbedingt ansehen sollte, man könnte auch an ein Abonnement denken, alles sehr ausführlich erklärt und gezeigt, so bleibt mir nur die Aufgabe den direkten und schnellen Weg zum Erfolg zu zeigen. Um allen Komplikationen aus dem Weg zu gehen, lösche ich erst einmal das ursprüngliche Installationsverzeichnis. Zu finden ist das im Arbeitsordner der Arduino IDE. Und weg damit. Danach öffne ich die Voreinstellung. Da gibt es ein Feld, in das ich URLs für weitere Bordverwalter eingeben kann. Unterschiedliche Adressen werden durch ein Komma getrennt. Ich öffne dann den GitHub Ordner von Espressiv und suche mir dann die Installationsanweisung für den Arduino IDE Bordverwalter. Dort finde ich dann die Adresse, die ich in den Voreinstellungen eingeben kann. Es gibt dort zwei URLs, ich würde erst einmal den Stable-Link empfehlen. Und diese Adresse trage ich dann mit einem Komma getrennt in das Feld ein. Und das ist alles, was ich hier zu machen habe. Nun lade ich über die Werkzeugleiste den Bordverwalter. Hier gebe ich als Suchbegriff ESP32 ein. Es sollte nun die Installationsdatei für die ESP32 Bords erscheinen. Diese wird installiert und dann ist auch hier die Arbeit abgeschlossen. Mein Mikro-Controller wird angeschlossen und geladen. Ich arbeite hier mit dem DOIT ESP32 DEV-Kit V1. Auch dieses Bord finde ich in der Liste. Gearbeitet wird über den Comport 7 mit einer Baudrate von 921600. Zum Test habe ich mir noch einmal meine Verbindung LCD und ESP32 aufgebaut. Der Programmcode wird geladen. Aber auch hier wieder mal Ladeprobleme, sodass ich beim Hochladen den Boot-Taster drücken muss. Das war das mit der Bord zu machen. Hier habe ich nun noch einmal alle Schritte zusammengefasst, die zu einer erfolgreichen Installation des ESP32 in die Arduino IDE führen sollte. Ich hoffe dieser Schnelldurchlauf war von Nutzen für Sie und sage Tschüss und Salü aus dem Saarland.